Ist das der Deal des Sommers? Die Eintracht aus Frankfurt hat ihren Mann bekommen. Elias Giri wechselt ablösefrei zu den Hessen nach Frankfurt und wird ab der kommenden Saison das Trikot der Adler über sich streifen und das Mittelfeld signifikant verstärken. Warum Dino Topmüller und Markus Grösche hier einen fantastischen Job gemacht haben und was Giri sportlich auch mitbringen wird für die Eintracht, sprechen wir alles in diesem Video. Und schreibt mal gleich eure erste Reaktion, Emotionen, Kritik in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren und ich diskutiere wie immer gerne mit. Und falls euch solche Videos gefallen, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen und abonniert den Kanal für weitere solcher Videos. Robin Koch steht ja jetzt auch kurz vor dem Eintracht-Transfer. Würde euch da ein Video wünschen, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Also, Elias Giri hat einen neuen Verein. Einer der besten Sechser der vergangenen Saisons hat sich der Eintracht aus Frankfurt angeschlossen. Da gab es in den letzten Wochen eh einiges an Spekulationen. Skiri natürlich dadurch, dass er ablösefrei zu haben war, nachdem er seinen Vertrag beim ersten FC Köln ausgelaufen ist und er sich entschieden hat, nichts zu verlängern, war natürlich sehr begehrt am Markt bei vielen Mannschaften, denn ein Spieler seiner Qualität wird überall gebraucht eigentlich und schlussendlich hat jetzt die Eintracht den Zuschlag bekommen. Der Tunesier unterschreibt einen Vertrag bis 2027, also einen langfristigen bei den Hessen und war der absolute Wunschspieler von den Adlern, denn diese Stelle im Mittelfeld, diese Sechserposition ist eine ganz wichtige gewesen. Da hat man in den letzten Sagen auch einige Schwächen, Probleme offenbart und da würde Skiri natürlich mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse am Ball hier das Problem, oder wird das Problem auf jeden Fall lösen können, denn seine sportlichen Anlagen sind, wie die meisten von euch sicher schon wissen, fantastisch. Noch kurz zu Skiri, er ist 28 Jahre alt, in Frankreich geboren, spielt aber für Tunesien, ist 1,85 groß, im defensiven Mittelfeld zu Hause, das ist seine Hauptposition, da spielt er am besten und natürlich auch tunesischer Nationalspieler, hat eine tolle WM gespielt, wie ich finde, ist dann auch gut aufgefallen und hat einen Marktteil von 13 Millionen Euro und da merkt man schon, die Eintracht hat den Ablöse frei bekommen, bei einem langfristigen Vertrag, beim anderen Verein hätte man sicherlich um die 20 zahlen müssen, für einen Spieler seiner Qualität, deswegen ist dieser Titel auch so fantastisch für die Eintracht. Elias Giri gehört zu einem der besten Sechser in der Bundesliga, er schafft es, defensive Aufgaben mit progressivem Ball nach vorne bringen, zu kombinieren, er ist technisch hervorragend am Ball, schafft es immer wieder gute Pässe in die Offensive zu leiten und traut sich auch ab und zu mal nach vorne, um dann im Strafraum auch eine zusätzliche Komponente zu geben, um ein Tor zu schießen, trotzdem liegen seine Hauptaufgaben im Ballaufbau, im Ballspiel nach vorne, er ist da fantastisch ausgebildet und ich glaube deswegen auch der perfekte Fit für die Eintracht. Giri hat vor allem bei Köln gezeigt, dass er auch Verantwortung übernehmen kann, dass er in den wichtigen Spielen da ist und dass er vor allem der Mannschaft auch immer seine komplette Laufbereitschaft hingebt, was natürlich bei der Eintracht genau das gleiche sein wird, denn da steht das natürlich auch ganz weit vorne auf der Liste und was man sich bei der Eintracht jetzt wirklich, worüber man sich wirklich freuen kann, ist, dass man jetzt einen Spieler hat im Mittelfeld, der den Ball fordert, der den Ball auch verteilt und der vor allem auch defensiv, na was kann denn, natürlich mit Dibril so, hat man hier jemanden gehabt, der ein guter Achter war, der progressiv war, aber jetzt nicht diese defensiven Qualitäten abspulen konnte und deswegen ist Giri hier auch dieser defensive Part, der wichtig sein könnte für die Eintracht in der kommenden Saison. Abschließend bleibt zu sagen, die Eintracht hat sich eben einer der besten Sechserien in der Bundesliga gesichert und das ablösefrei, deswegen auch der Deal des Sommers für mich, neben Naby Keita vielleicht noch, der vielleicht ansatzweise auch noch in diese Kategorie reinpasst, aber Skiri war einfach auch heiß begehrt, hätte meiner Meinung nach auch zu Dortmund gehen können, ich finde, die hätten sich auch noch ein bisschen mehr um ihn bemühen können, weiß nicht, wie sehr sie da drinnen waren, aber das wäre auch ein guter Fit gewesen, meiner Meinung nach, aber bei der Eintracht bekommt er auf jeden Fall einen Stammplatz und ich könnte mir vorstellen, diese Kombination sorgt dafür, dass die Eintracht wieder in der Bundesliga in den Top 5 mitmischen kann, denn mit Skiri hat man einen Spieler, der eben diese Stabilität im Mittelfeld auch hergibt und ich bin gespannt, wie Dino Topmüller auch hier mit seiner Mannschaft agieren wird und wie er die Mannschaft auch aufstellen wird, wird man dann auch in der Saisonvorbereitung langsam sehen. Was haltet ihr von diesem Deal? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Ist natürlich für die Eintracht-Fans komplett euphorisch, dieser Abschluss, denn es wurde lang spekuliert, viele Eintracht-Fans waren schon ein bisschen ungeduldiger auch, in sozialen Medien zum Beispiel, ob das wirklich klappen wird, aber jetzt hat man es geschafft und man hat mit Robin Koch auch den nächsten Spieler schon in der Pipeline, der schon kurz beim Abschluss steht, also es wurde schon relativ klar berichtet, dass er zu Eintracht geht, zumindest mal für eine Laie. Falls ihr ein Video über Robin Koch sehen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, da würde ich auch noch ein kleines Profil, eine Profilanalyse machen von dem Deutschen, der natürlich jetzt aus der Premier League kommt und ja, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren, ich diskutiere auch immer wie immer gerne mit, gerne auch ein Like da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!